Hier, Kampagne und da, über den Berg. Mach Mama. Die Bonus-Karten sind anders als die Karten im Hauptspiel. Sie stehen in keiner engen Verbindung zu Personen und Vorfällen im Hauptteil. Hier kann man einfach zum Spaß taktische Probleme lösen. Ha! Die Kampfübung in diesem Bereich beginnt. Es geht los. Kampfübung. Boah, das ist keine schöne Aufstellung. Der ist doch einfach nur da, um direkt abgeschossen zu werden, der Bomber. Äh, wirklich. Der, 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 der. Was macht der da? So. Das ist einfach nur, damit man nicht mit zu viel Fonds startet. Hier unten geht es durch. hier oben also da hat er war sie hat nicht basen nicht so aus stadt statt ich habe keine basen und er hat ganz schön viele einhalten er hat sogar eine walze das heißt key ist schon mal unsere pack am leben halten natürlich nein ich habe einen kampfpanzer schanz ich mich hier ist die frage raketen erfahrt dass der nicht in range ist haben wirklich keine dinge lage kann man ja nicht durch swappen optionen das ist das nur aus karte raus also ist auch keine basis oder der stadt mal bitte für die quote für die quote was für die quote die werden hier unten lang kommen die müssen wir damit wegbomben als bedient mein heli der ist auch wichtig ich mag die karte net also range units sind sehr wichtig die stadt wir haben ein zwei raketen werfen nächsten luftmessern ok ja 32 walzen sie ich werde ach du scheiße das ist nicht so schlimm oh er hat deutlich mehr schaden gemacht als erwartet wo kommt ein bierbomber hier bist du auf der range von der array oh nein ich habe eigentlich schon hart verkackt hochgesprungen woher war 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 das alles gar nicht gut hier so überhaupt nicht ab holi ich werde dich da hinstellen für die bonus def vielleicht überlegte sich dann anders da ist alles richtig kacke missile semi gut platziert er wird schon nicht auf die missile geben wir bunkern uns hier einfach ein bisschen darum kommen die walzen natürlich gehst du auf den kampfpanzer du schwein aber lebt gerade so die gehen da lang natürlich ist doch die missile wichser nein ja ohne missile bin ich bin wird kann ich so ändern da ist es ja jetzt sollte nur die missile jetzt hier noch machen wir müssen aber scheiße wichtig und warum gehen die denn da lang noch useless die drei sind nur da damit ich ihnen verstecken muss die ganze zeit actually ja ja nie muss ich muss äh surrendern surrendert mal noch mal mission hier kapitulieren hoha lässt hier noch mal machen ok der muss halt komplett versteckt werden es ist wichtig dass die da sind hier brauchen wir städte mhm 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 leifo ist leicht beeindruckt was games angeht ich da hin das war quatsch das hat nämlich nichts geändert du bleibst da stehen warte zwei ja dann stehst du genau da und du da mhm eklig warum hat der denn der connected die hacker sind scheißegal die zwei hätten falsch rumstehen anders rumstehen müssen ist jetzt schon scheiße ist jetzt schon kacke kann ich wieder surrendern ist doch scheiße ich darf keine einheit verlieren wunderschönen guten morgen mal ist aber früh schon wieder noch mal so warte der muss ja weg das ist ok und der eine ist eh immer die gleiche aber du stehst aber immer da dich kann ich ja nicht bewegen wir fahren einfach hier hin dann hätte ich die helis aber wieder hochziehen müssen du bleibst da das ist schon wichtig das gibt es doch nicht das ist gar nicht so einfach wir lassen das da oben wenn es mal einfach wild stehen dann ist das zum swappen einfacher er geht auf den ja dann kommt der heli hier hin ok ich komme nicht an diesen blöden bomber da das problem ist der bomber kann jetzt zwei angreifen das ist eigentlich dumm was ich gemacht habe zwei nach hinten ja dann gehst du da hin dann kommst du an meinen heli nein so du da waren da ballern wir hier drauf das ist so weit ok wir haben nur eine davon das ist halt auch kacke er zerstört mir den wenn ich den da hin pack damit baller ich den weg so was stirbt mir jetzt entweder der jagdpanzer oder die flack ist schon fast 3.30 ich war so lange im bvw weil das erklärt warum mein essen kalt war wow auf den er geht auf die flack bitte überlebt flack die ist wichtig ja sie hat wow die ist einfach autofredger das ist okay mit den beiden einfach so nein ich kann schon wieder nicht den bomber angreifen ah fuck das ist extrem ungünstig hier ich muss mit allen einheiten nach oben ziehen ich muss mit allen einheiten nach oben ziehen ich kann schwören ich kann schwören dass ich das essen vor 10 minuten gemacht habe ich kann schwören dass ich das essen vor 10 minuten gemacht habe der bombe zerlegt mich sonst instant 1 2 3 4 ich fahr dich jetzt einfach nur hierhin der ist einfach ein problem also das war einfach nur spezielles essen das sehr schnell abkühlt jetzt fliegt er mit denen direkt so jetzt nehmen wir den das könnte gut sein damit habe ich ihn in der runde delayt oder das ist gut doch jetzt kann ich den hier hinstellen äh egal hätte schlimmer sein können ok scheiße die städte da unten sind nicht sicher unter der flack ist sicher und dann halt so ja nee dann gehst du da hin du da hin ok ok naja da kommt komplett oben über die Choke. Das ist okay. Au. Ja, ja, ja. Die sind egal. Er geht jetzt wirklich da unten lang? Wild. Dass er sich dafür entscheidet. Hä? Fuck. Egal. Was macht er? Er blockiert mir immer noch die Städte, die ich zur Heilung brauche. Wo stelle ich dich ab? Egal, ne? Was brauchen diese zwei Städte hier? Äh. Nehme ich denn die Missile oder den Rocket Launcher? Der Rocket Launcher ist beinahe wichtiger. Mittlerweile. Und du stehst aber offen für Angriffe. Habe ich, äh, ich, ja. Haben wir das die Missile geschützt? Ich komme nicht da hoch. Beschäftig du dich hier unten weiter. Also, okay. Ne, du, der hat schon fast 25 Stunden zugeschaut. Sehr gut. Ich war letztens so hochintelligent, mir die Tiefkipizza in den Ofen zu packen, ohne Käse draufzumachen, obwohl ich den Käse extra rausgeholt habe. Ich habe mein Heli nicht weiter weggepackt. Das war mein Heli. Ah, der Heli, der wäre so wichtig gewesen. Ah, fuck, elendiger. Mann. Vergessen, den auch ins Eck zu ziehen. Ah, das ist egal. Ach, come on. Ich muss den Scheiß ohne Heli spielen. Hm. Was war denn, wie viel hast du denn noch? Ich kann nichts zum Heilen stecken. Stecken. Äh. Da muss nachher der Kampfpanzer hin. Als Blocker und dann wird das hier alles... Äh, 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 äh. Der Bomber. Weil der Bomber down ist, ist relativ easy, actually. Ja. Hm. Die Scheißjäger. Mann. Das war so unnütz. Äh. Aber mein Infantilien ist tot. Das ist auch scheiße. Und sie sind Bomber töten. Blablabla. Ja, ja. Bist ein Wichsbomber. Er ist halt einfach nur nervig. Warte mal. Wenn ich ein Missile habe... Ne, ich kann den nicht mal hinlocken. Ich hätte den schon viel früher wegziehen müssen. Eine Missile opfern. Die als Lockvogel hinstellen, damit ich da mit dem Bomber loswerde. Ja, ne. Ja. Okay. Dann... Oh Gott, wo fahr ich denn dich jetzt hin? Kann ich dich da? Ja. Okay. Es gibt genug Sachen opfern. Irgendwann hat der Bomber auch keine Muni mehr. Ich brauche die Missile nicht mehr. Die sind scheißegal. Ich weiß, ob die Missile ist. Wozu brauche ich denn die noch? Ich schieße den Bomber als nieder. Oh, guck mal. Überlebt es sogar. Er traut sich da oben nicht. So. Was habe ich verloren? Ich meine, ich habe mein Heli verloren. Das ist wirklich eklig eigentlich an allem. Das kannst du dir eigentlich heilen geben nochmal. So, was mache ich denn jetzt hier? Aber jetzt können die ja endlich, äh... Ich auch heilen gehen. Oder auch nicht, weil sie nicht hinkommen. Ähm, du hast... Sechs Schuss. Okay. Na gut. Hm. Da... Da haben wir das Haku. Fidolin, wasch los! Das ärgert mich mit dem Heli so sehr. Das war so unnötig. Äh, Chili. Ich schicke den jetzt einfach hinten rum, damit er das Haku einnimmt. Ja, mein Gott. Der hat alle seine Einheiten da oben. Scheiß drauf. Er spielt halt, er steht halt einfach nur so, dass ich ihn nicht abschießen kann. Aber er kann auch nichts mehr dagegen tun. Von daher. Ein Sensor, Evert. Ja, boh... Mach mal. Ähm... Hm, 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 hm. So, ja. Nochmal Missiles. Er ist ein Feigling! Ha, ach nein. Ich bin super langsam auf dem Gelände. Ich merke es schon mal. Es passiert einfach nichts hier oben. Kann ich die einkesseln? Will ich da in dem Eck bleiben? Nee, ne. Äh, hm, 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 hm. Ja, mein Moped durchs Glas geht nicht so schnell. Oh, boah, hast du halt 100 Jahre. So. Ich muss schauen, dass ich... ...die nicht aus Versehen... ...das Target kriege ich hier. Das hilft mir, ist das egal. Hä, wo fliegen sie denn jetzt hin? Wirklich? Wirklich? Was? Was ist das denn? Okay, aha. Was? Hä? Äh, da gibt ein Monkey. Durch die Range-Dinger da oben traut er sich wirklich nicht mehr ran. Ach, jetzt kommst du, wo ich dich runtergeprügelt hab. Why? Monkey unikals Money. Hä? Also, ja, aber... Was? Ich verstehe nicht, was er da vorhat. Es ist einfach nur noch warten. Ich hätte viel früher da unten langlaufen müssen. Ich sehe das schon. So, jetzt kann ich den losschicken. Oh mein Gott, dieses Ödland. Wald, Ödland. Das dauert aber 100 Jahre. Ja, es ist einfach die Mech-Einheit. Der Key in der Mission. Da will ich dich endlich abschießen. Ah. Ich mach keinen Schaden mehr, weil ich angeschlagen bin. Okay. Ach man. Ist das alles dumm. Oh, jetzt sind sie abgestürzt. Weil sie kein Benzin mehr hatten. Ja, ja. Wir fangen einfach mal an zu besitzen. Zwei Felder. Wuhu. Ah, das wird keinen guten Zeitbonus geben. Diese Mission wird furchtbar. Ah. Da geht mir das nicht mehr so abgehoben. Das passiert einfach gar nichts hier. Ja, das ist so dumm. Ach, alles Waldgebiet. Dass er halt da oben auch überhaupt nicht kommt. Das nervt mich schon ein bisschen. Damit der Joe kannst du, wenn du klug spielst, das halt auch so schaffen. Aber wenn da einfach nichts passiert, dann... ...weiter war. Oh, er kommt doch noch mal. Scheiße. Ja, aber er schafft es nicht. Hauptquartier erobert. Ja, das ist lang... Da für den A-Wang. Ja, Tempo war halt furchtbar. Der Rest war gut. Ich fühle mich so schmutzig für so einen Sieg. Ne, wirklich nicht. Oh, wow. Und da gibt es mehr Bonus-Kram dadurch. Ja, nee. Ja, nee.